Schluttern Ihnen die Knie, wenn Sie die Begriffe Finanzamt, Fiskus oder Steuern hören? Haben Sie Angst vor der immer schlimmeren öffentlichen Hexjagd gegen Steuersünder, beispielsweise gegen Uli Hoeneß? Ich habe nie so richtig verstanden, warum ein Verwaltungsmonster, ja wie das Finanzamt, den Leuten so viel Angst macht. Sicher, es ist kein Spaß, sich mit dem Finanzamt anzulegen. Aber Sie haben in unserem Dschungel der Steuergesetze tausendfach die Möglichkeit, gegen die Bescheide des Finanzamtes anzugehen. Das mache ich inzwischen systematisch. Früher allerdings war ich nicht so. Ich musste erst einen Prozess vor dem Finanzgericht gewinnen, um zu merken, dass wir Steuerzahler sehr viel mehr Macht haben, als dem Fiskus lieb sein kann. Inzwischen reite ich gegen das Finanzamt ein Husarenstück nach dem anderen. Beispielsweise habe ich mich mal 14 Jahre lang mit dem Amt über einen strittigen Steuerbescheid befedet. Am Ende musste das Amt auf 65% seiner Forderungen verzichten. Das habe ich nur geschafft, weil ich mich vom Fiskus nicht habe einschüchtern lassen. Lassen Sie sich helfen, von meinem Ratgeber die Macht des Steuerzahlers. Lassen Sie das Finanzamt Ihre Macht spüren. Kostenlose weitere Informationen finden Sie wie immer auf der Erfolgs-Union.de. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns.